Wir stehen jetzt gerade hier vor der Bühne. Leith Eldin ist gerade aufgetreten und Moderator George Zampounidis kommt zu uns. George, du machst heute die Anmod, du sagst die Moderation von der Show. Erzähl mal, wie ist die Menge so drauf? Es ist super. Es gab vorhin einen kleinen Regenschauer und die Leute, die haben es gar nicht gemerkt. Die Musik ist so toll heute Abend. Die Menge ist super drauf. Ganz Mannheim, was sage ich, ganz Baden-Württemberg, Frankreich, die Schweiz, aus Deutschland sowieso, haben sich heute hier eingefunden und feiern mit uns dieses Riesenfestival. Ein tolles Gefühl und ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier die Bands ansagen darf. Zumal es sind auch Bands dabei, die in meinem Herzen einen Platz haben. Foreigner, ne? Ah, 80er Rock. Liebe U30 Foreigner, die habe ich noch auf einer BASF-Chrom-Dioxid-Kassette auf meinem Kassettenrekorder gehört. Du weißt nicht, was das ist. Es ist ein toller Abend, ein toller Nachmittag noch. Du gehst jetzt schön noch was happern, ne? Ja, wir haben ein tolles Buffet. Schön Lasagne mit Spinat. Und dann bin ich fit für die nächste Band auf der Bühne. Okay. Und ich hoffe, dass auch alle so viel Spaß haben, wie ich heute Abend. Aber es sieht ganz so aus. Lass krachen. Du auch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.